So, weiter geht's mit Call of Duty. Puh. Ich habe ihre Akte gelesen. Sie hat heftige Einsätze mitgemacht, schlimme Situationen und überlebt. Ich denke, sie meint es ehrlich. Wir werden sehen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, welche Ausrüstung ich jetzt mitnehme hier. Ich hätte mal das hier, glaube ich. Kampfkunst. Nahkampfbasierte Optimierung. Auskampf, glaube ich. Geh da. Die Morde. Die Säuberung der Station. Deutet darauf hin, dass Taylors Team kompromittiert ist. Wir haben über fünf Jahre lang mit ihnen gedient. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu Morden. Taylor, Immortals. Ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsfeizes zeigen. Hendrix. Hast ihr doch Kontakt? Kommt der so an die Gurs ran? Ich kenne einen ihrer Datenhändler. Danny Lee. Wir wissen, er Bastard. Aber gute Verbindung. Nutz deinen Charme und bring uns rein. Sind wir drin? Kann Kayne die Laufwerke aufspüren? Ich werde mal meinen Charme nutzen, oder? Aka die Waffe rausziehen und alle umlegen, die mir in den Weg kommen. Die 54 Immortals waren noch nie stärker. Singapur-Streitkräfte. CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jay-Zong? Jay-Zong. Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten Jay-Zong. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Coach Schwarz. Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey! Noch ne Runde für uns. Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen? Na? Ich weiß doch Bescheid. Über die üble Geschichte der Q-Zone. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor unseren Gästen! Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Q-Zone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SSK uns im Stich ließ und die Mauer baute? Das war schön abstechen. Wahnsinn. Das war das, was wir hier anzusehen. Das war ein ganzes Thema. Das war das, was wir hier anzusehen. Ich habe auch die Winslow-Abkommen in dieser Region. Das war ein sehr wichtiges Thema. Ich habe auch die Winslow-Abkommen. Ich mag dich nicht. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, Guxiolan. Welche Überraschung? Ich wusste nicht, dass sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen-Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer sie gehört haben, das stimmt nicht. Wir sind keinen Ärger. Das hat schnell gescheitert. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung. Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Kommt nur hier, Wichser! Solide. Plan B? Plan B! Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2! Ich dachte, du wärst mit Dänilie befreundet. Ja, das dachte ich auch! Roboter-Trupp aktiviert Sturmboot! Ja, super, super, super! Wir haben noch nicht gesehen, wer hier Freund und Feind ist. Einfach auf alles schießen, was sich bewegt. Das ist nun wirklich ein ziemliches Drecksloch, muss ich mal sagen. Oh, das war einer von mir. Ich sehe ja nicht, dass hier irgendjemand zurückzieht. Oh, sorry, Hendrix. Natürlich wieder so ein dicker Troll. Das werde ich wohl nicht überleben. Oder what? Alter! Selbst so eine Granaten, oder wat? Ist doch lustig. Das war knapp. Eh. Wenn wir Munition aufklauben, hier. Oder war ein Sammelobjekt. Tada! Oh, hallo. Alter, wat? What was it, alter? What was it? Warte mal, ich hab doch hier... Wo war denn das? Kann vollblenden das Schmarrn? Das ist das Geschwiz-Kommand. Ah ja. Beim Auswählen der Fähigkeit gesprengt worden. Auch nicht schlecht. Das Geschwiz in Deckung! Wollen wir das Geschwiz nicht einfach zerlegen? Wir müssen uns um das Geschwiz verwandeln! Das war zu kurz. Ich hab gesessen. Mit dem Drift-Fönster kommen wir nicht weiter! Du sagst nicht. Ist er kaputt? Nein, Gott, hier bleibt aber auch kein Stein auf dem anderen. Alles okay. Achtung! 54i-Verstärkung nähert sich. Oh, Sandrix. Mal wieder. Dass es hier keinen Friendly Fire gibt. Hilfe! Bitte! Alter! Schwierigkeitsgrad noch gewohnt. Fliegt meine kleinen Fliegerchen. Es fliegt. Wir sind ja so schnell aufgekommen. Einfach mal reinballern. Irgendein Trifster immer. In den Turm ist ein Raketenwerfer. Einer! Wir müssen uns um das Geschwiz verwandeln. Bis es nicht kaputt geht. Jetzt. So, Scheiße. Kann ich mir noch die Amo holen? Ich hoffe Wow Gerade wie ein Roboter angehört Ich passe Festhänger an der Treppe Verdammt Ich bin der Treppe Konnte ich ja nicht laufen an der Wand? Nicht blöd. Ach, ich laufe weiter ohne Kopf. Was ist mit ihm Phase? Äh, Prail? Oder was? Ist das sogar eine sie? Ohlala, ich knie hier mal rum. Wir müssen zu flanken, wir sind los jetzt. Na, holla. Alter. Aiming war auch schon mal besser. Gut, dass es an jeder Ecke Munition gibt. Geht's bestimmt auch lang, oder? Ja. Hallo. Hallo. Oh! Oh, oh, oh. Alter, warum die auf einmal immer hinter einem stehen? Unglaublich. Tod getreten. Heute ist ganz besonders schlimm mit dem Draufgehen. Hey, aus dem Weg! Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. Übertrage auf das Hafen. Meine Fresse, ich habe es doch gerade eben geschafft. Hey, aus dem Weg! Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Was ich nicht schon weiß. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. Übertrage auf das Hafen. In welche Richtung kämen? Links oder rechts? Egal. Beide Wege enden beim Pflanzenberg. Diesmal gehe ich nach links. Wir müssen zum Pflanzenberg! Los jetzt! Nein, Jürgen! Ich muss hier weg! Ich denke ich mir auch immer, dass ich hier weg muss. Wo Jahre immer offen sind, hier ist eure Mutter kurz geladen. Agenten des Winslow-Abkommens sind in unser Halb eingebogen und haben euren Vater, meine Mutter Gomin, ermordet. Sie müssen für ihre Verbrechen büßen. Wer mir ihren Kopf bringt, wird belohnt. Gojolan ist ziemlich sauer. Tja, du hast ihren Bruder gekillt. Hätte sie killen sollen. Was? 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 Was?